Hallo, ich bin Tom und ich erkläre dir die spannende Welt der IT. Ein Backup in der IT-Welt ist eine Sicherheitskopie deiner wertvollen Daten. Stell dir vor, du schreibst ein wichtiges Buch, vielleicht ein Lebenswerk, und speicherst es auf deinem Computer. Plötzlich stürzt der Computer ab, ein Albtraum. Dein Buch ist weg, hier kommt das Backup ins Spiel. Ein Backup bedeutet, eine exakte Kopie deiner Daten zu erstellen und sie sicher an einem anderen Ort aufzubewahren. So kannst du, wenn etwas schief geht, sei es ein technischer Defekt, ein Virus oder menschliches Versagen, deine Daten einfach wiederherstellen. Denk mal an ein Backup wie an ein Fotoalbum. Du hast alle deine Fotos digital auf dem Handy. Was aber, wenn das Handy verloren geht? Ein Backup wäre, als würdest du zusätzlich all diese Fotos auf einer externen Festplatte speichern oder sie in die Cloud hochladen. Selbst wenn das Handy verschwindet, sind die Erinnerungen sicher gespeichert und können jederzeit zurückgeholt werden. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du spielst ein spannendes Computerspiel und hast viele Stunden investiert, um eine schwierige Mission zu meistern. Ohne eine Speicherfunktion, quasi ein Backup, müsstest du nach einem Fehler von vorne anfangen. Ein Backup im IT-Bereich funktioniert genauso. Wenn etwas schief geht, hast du eine gespeicherte Version deiner Daten, auf die du zurückgreifen kannst. Backups werden oft automatisiert, sodass deine Dateien regelmäßig gesichert werden. Das kann auf verschiedenen Medien passieren, auf einer externen Festplatte, einem USB-Stick oder in der Cloud, also auf Servern im Internet. So bist du vor unerwarteten Datenverlusten geschützt und dein wichtiges Buch bleibt immer erhalten.